ja finde ich 100 fps sind gut oder ja sollten eigentlich reichen wo ich nur 60 eingestellt nachher das reicht erstmal das macht bei step oben fertig lässt mich der mond ist aufgegangen und der johnny was ist das denn alter was ist das ein haarbringer wer hat so eine scheiße hier jungs was ist das hier endermann tot was ist das hier johnny komm hoch was ist denn da oben guck mal was das hier draußen ist guck mal was ist das weiß ich doch nicht wenn das noch was anderes mit zum komischen jahren ist ja das ist ein komisches auf hinter dir teil wow jetzt kommen die eltern dann kill haben erstmals weggebrochen in drinnen ich muss immer was treten das viel ist reingegangen ich sag mir was er gelootet hat da ist er okay geportet ja durch den entstehen diese komischen dinge hier ja die seelen dinge boah jetzt ist etwas der ist da der ist noch der ist da noch da ist draußen boah du scheiß zombie geh mir nicht auf den sack auch zu bekannt pvp aus ne ja jetzt ist er tot hey meins was hat er denn gewonnen gar nix abdüß doch ein fragment abdüß fragment oder sowas okay ich hätte es euch nicht bescheid zeigen soll ich hätte mal selber killen sollen jetzt haben wir die seelendinger hier die müssen wir irgendwie mit soulfeather irgendwie oder mit seelensammler wiederholen ich glaube die verschwinden auch später selber voll am linken nur wenn du da vorne bist ich wollte gerade die sie hinstellen kommst du haben wir noch kohle 15 minuten wirst du dir gestorben das sind jetzt auch 15 kohle drinnen habe ich schon rausgenommen zu englose einwerfen hier kann man ja ich habe schon reingeworfen nachher nachdem kann man nur enderperlen ausmachen okay 25 für rottes fleisch ja alles klar ab rein damit und wir brauchen leder hier oben kommen kommst du rein ja das problem ist du vogel jetzt kann man die untere truhe nicht mehr öffnen setz mal beide um ja oder mach mal so dass das barry hier unten steht mach die iron tool nach oben und dann barry da runter genau mach das mal und dann kannst du machst du den da rein geht nicht das ist besser zuerst mal mörtel brennen hier da wollen wir den unsinn drinnen boah die kisten sehen wieder aus hier unglaublich deswegen bin ich ja gerade ein bisschen am sortieren das machst du fein wenigstens einer der das macht ich habe da gar nichts eingeschmissen seelensand wollen wir den denn hier achso wir im nettertau oder da muss man kurz holz fahren naja bin gerade auch dabei unterwegs da habe ich zufällig immer noch vier eisen oder dann nehmen wir im ofen müssen was ja im ofen müsste was sein genau naja habe ich rausgenommen ach doch im ofen ist noch was drunter ja du hast den magneten an oder ja mach du einfach so auch so scheiß wustung da hast du auch magnetisischen drauf nein zu mir an ist auch egal Ostern Karten ja wenn ich den Korn of Future Fortuna dran habe dann ist das genau das gleiche jeder Stich ist schon unten das ist nicht so viel ich wollte ein bisschen holz an für ein paar Wurzungen ne ich brauche Holz für Tinker Tables Construction Kloch Super Zobi Alter der wirft mich hoch hier das kopf nachher Loll wer an der in von den Nase heißt er die haben so verschieden modis manchmal drauf schlimmer sind wir können deine items klauen er ist nicht schlecht dann sich weg porten ich brauche traurlolol wir brauchen noch ein paar kisten ich mache jetzt noch eine barry für erde ich brauche noch paar dinger ohne den leben er geht mir immer wieder ich bin gestorben nehmen muss er wo ich etwas sonst eh wieder hoch also dass er auch mit nichts tischen er macht ruhig macht ihr euch die ganzen bücher drauf die ich gesammelt habe Nein, mach nicht so viele Bücher, die können wir nachher kopieren, da können wir sogar noch Stärke rausbekommen. Warum habe ich eigentlich eine Diamant-Axt? Können wir seinem Verraten? Keine Ahnung. Ich habe mir nur ein Buch rausgenommen mit Glück. Ja, das hätten wir kopieren können. Was war das denn für ein Glück? Drei. Ja, ist nicht dein Ernst, oder? Doch. Das hätten wir so was von kopieren können, das wäre richtig schnell gegangen. Das ist ja schön, dass mir keiner das erzählt hat, dass das geht. Habe ich doch gesagt, dass wir Bücher kopieren können. Verdammt, Elle. Das hätten nur Erfahrungspunkte ein bisschen gekostet. Was? Das kopieren. Weil so kannst du nämlich zum Beispiel Chartniss 5 und so was rauskriegen, am schnellsten. Ja, wie denn? Ja, du machst zwei Chartniss 4 zusammen und dann kriegst du 5 raus. Okay. Weil es gibt ja diese Afterlife-Bücher, wo du die Spawneier rausbekommst. Und dann bekommst, du bekommst 1 zu 100 oder 1 zu 1000 erst ein Afterlife 1. Okay. Hat jemand irgendwie das Buch hier irgendwo reingeschmissen? Dieses, da ist aller Anfang geschmissen. Ne, das ist normales Buch. Der zeigt, dass dann an, ob das geht, ne? Ja. Hat jemand, Johnny, hast du das Buch im Inventar, oder wo sind die hingelandet? Ja, gut. Hier oben ist eins drin. Was ist hier oben? Ich hab, äh, äh, also, Praktikation ist kacke, was denn. Alles klar. Ach ja. Ach, wie ging das denn nochmal? Pattern erstmal ein paar machen. Genau, das war es. Erstmal ein paar Stick Pattern machen. Äh, dann eine Truhe. Eine Workbench. Zack. Das Tablonen-Kiste. Ach ja. Ja, ja, ja. Ihr seid mir schon welche, ey. Unglüblich. Hat jemand zufällig noch ein bisschen Holz für mich? Ne. Machst du da. Ich hab alles, dass ich verpräst. Ich hab alles, dass ich verpräst. Ich hab alles, dass ich verpräst. So, wenn du Diamant-Axt dabei, kannst du jetzt ein bisschen Holz sammeln. So. Was fehlte noch? Ein Workbench. Den plus den. Und ein Holz. Hat jemand noch ein Holz für mich? Nein, ich glaub, das hat alles gut gemacht. Naja, irgendwie nur ein Holzblock oder so. Ja, ja, ist gut. Hab ich gefunden. Ich brauch ein verficktes Eisen. Hat nicht einer ein Eisen zufällig. Naja, ich weiß, dass ich hier unten alles habe. Ach, ein verficktes Eisen? Ne, warte mal. Ja, kein Ohr. Ohr hast du, Ohrs hab ich alle wieder getan. Ich wollte nur kurz ne Gold. Ne, hier, Johnny. Das hab ich grad reingetan. Das war's ne Goldruhe und da tun wir immer nur die Ohrs rein. Mach das. So. Ach, ja. Schablonen? Zack. Hm, wo ist das denn jetzt? Toolbinder? Welche scheiß Tools wir haben denn? Welche Tools? Ich glaub, drei Wundspitzhacken oder so. Verbrenne ich jetzt alle einfach mal im Ofen, ganz ehrlich. Mach das einfach. Das war ja so, ja. Toolboard-Pattern, genau. Müsste ja sein. Du und deine Materialien. Mh, 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 mh. Jetzt hab ich mir bestimmt mein Holz geklaut. Ne, ich hab mir nur ein bisschen genommen. Und ich hab mir nur ein bisschen rausgenommen. Schaufel und ne Toolboard. Und Naxx-Kopf brauch ich noch, genau. Dankeschön. Haben wir Cobblestone da? Ja. Wir haben 13 Stacks. Ja, ich muss aber auffassen, ihr habt alle Magnetrüstung an. Haben wir eben Knochen? Was hast du mit Knochen vor? Brauchst sechs Stück. Boah, es fängt dann zu hageln an, so. Für was brauchst du Knochen? Um Abenteuer-Rugzeug zu machen. Achso. Weiß, ich räume ja auf, und der macht sich einfach ein Rugzeug. Ich will sechs Stück machen, dann... Also ich brauch sechs Stück, dann kann ich... Mach ich drei Stück und jeder könnte ein. Ja, aber im Abenteuer-Rugzeug passen doch noch hier, ähm... Ne? Passen doch nur die Sachen, wenn du ein Abenteuer losgehst. Sprich, für die ganzen Monster und sowas. Wenn du fahren willst, brauchst du auch den Mining-Rugzeug. Ich bin aber, wie der Meinung, im Abenteuer-Rugzeug passt alles rein. Ne. Ich glaube eher weniger. Glaube doch. Ich bin der Meinung, da passt da alles rein. Ne. Doch. Ne. Dann mach ich halt nur einen und dann mal gucken. So, wie in der goldenen Tour ist es gleich nur was anderes drin, außer Orson. Dann war ich das. Natürlich war ich ganz ehrlich. Dann war ich PvP wieder an. Santos, das ist... Halten wir raus, genau. Also Portugal, hör auf. Ja, Aua, ich weiß jetzt, ich weiß jetzt, du benutzen. Penner. Wer weiß jetzt, du benutzen? Oh mein Gott. Den Stacke nachschieben, das macht er doch. So, da stehst du doch drauf. Jetzt hab ich eigentlich wieder gutes Werkzeug. Haben wir da noch ein bisschen alles drin? Toll, ein Knochen. Hm? Oh, wir haben Enderman im Haus. Cool, ne? Boah, Enderman verpiss dich doch einfach mal. Da haben wir viel zu viele Endermänner ringsherum stehen. Vielleicht ist das genau bei dir. Ich weiß. Boah. Verrecke. Drei Leben, Alter. Wir würden nicht sterben. Jetzt nur die. Dort. Ja. Das stand hier oben. Dort ist er. Dort, dort. Da ist ja noch einer draußen jetzt. Irgendwas ist ein Rift eindeutig. Boah, wie viel Scheiß denn da haben wir da. Du musst halt hier bei Tare durchgucken. Die sind einfach nur zugemüllt. Haben wir irgendwo Blätter drinne? Da. Boah, jetzt fehlt mir ein Scheißknochen. Äh, warte mal. Hast du schon mal oben bei mir geguckt? Ja, hab ich gerade. Ja, weißt du? Immer dieses Deep hier. Ne, ich hab nur geguckt. Hm, hätt ich auch gesagt. Hab ich nur geguckt. Guck mich auch. Ach, hier hab ich noch Holz drinne. Holz, Holz, Holz. Ja, brauche ich später. Boah. Ein Knochen und den krieg ich jetzt nicht toll. Ja, ist doch richtig so. Für mich auch. Du musst aber halt ein bisschen nachts. Was willst du denn nachher? Du willst einen Abenteuerrucksack? Da war ja was. In der Manu, da passt aber alles rein. Nein, ich meine nicht. Abenteuerrucksack, die mit... Da brauchst du einen Mining-Rucksack. Da brauchst du diese Eisen für. Aber ich bin der Manu, in den Abenteuerrucksack passt alles rein. Nein. Doch, sei jetzt ruhig. Nein. Passt doch alles rein. Ach, sei ruhig. Du hast keine Ahnung. Du auch nicht. Oben links ist unsere Essens-Truhe. Alles klar, Ro. Wir haben beide keine Ahnung. Ein Lagermeister. Pass auf, fall da nicht in die braune Suppe rein. Nein, nein. Okay, ein bisschen Scheiß hat er schon mal rausgeholt. Ja. Ja. Aber sonst nur Gravel und so ein Mist. Gravel. Aber warum nimm ich das denn eigentlich mit? Das kann doch hier drin bleiben. Oh, der kommt wieder. Bringst du denn jetzt Kohle mit? Das wäre super. Kohle wäre perfekt. Ich brauche die Kohle. Ja, Kohle. 18 Stück bringt er gerade mit. Ja, Kohle. Chocopo. Chocopo. Ach, hat er die Kohle behalten oder was? Ist ja blöd. Naja, kann sein, dass die Turtle die Kohle behalten hat. Naja, jetzt schmelzt sie wahrscheinlich drüber rein. Aber ich bin mir nicht. Ja.